Moin moin, und da sind wir wieder. Neues Spiel, neues Glück. Au. Tritt mich hier. Du kannst das anzünden. Konntest du das Feuer anmachen? Ein bisschen warten. Au. Ey, der hat sich schon wieder regeneriert. Okay, zur Wegstation kann ich gar nicht portalen. Ne, aber man kann sich bei der Wegstation was holen. Damit man die Wegfahrt gebrochen hat, nicht elektromagnetischer Puls. Weil wenn wir die nicht gebrochen kriegen, dann kriegen wir den auch nicht kaputt. Ach so. Der elektromagnetische Puls, ja. Ja. Hab ich. Drei Stück. Au. Nein. Einmal und schon lege ich wieder. Ja. 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 Mal gleich bauen? Ja, jetzt. Ich lieg schon wieder her. Der und seine fiesen Tritte und Bauchklatscher. Aber die Wegstation mit dem Puls ist gut. Diese Pulsdinger, die bringen anscheinend zumindest was. Die Pulsdinger, die machen die Pulsdinger. Die Pulsdinger, die machen die Pulsdinger. Nö, hier sind sie etwas mürrisch. Ja. Au. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will... Backward-Dinger. Boah, das kann auch nicht angehen. Du schaffst dich nicht mehr zu heilen ey. Fuck ey. Fuck. Jetzt sind schon viele down. Hin, dass sie sich nicht regeneriert. Er hat nochmal Schaden drauf. Nicht weg. So, Backward is down. So, Backward. So, Backward. So, Backward. So, Backward. So, Backward. So, Backward. Ja. So, Backward. Aber... Fuck, da kommt mehr. Doch, doch, alles gut. Doch! nicht noch mal hoch heilt kriegen wir irgendwann darum gerödelt das wieder voll also bei mir sind wieder voll der champion ja man muss dann alle vier gestorben oder was das befürchte ich ja ich baust da um kann man nichts gegen machen da bei ihm doch das kann doch nicht angehen wir werden ja und da hast du mal ein feuerchen an so ein bisschen dann ist das sofort wieder aus ja das bringt gar nichts na glück hast kriegst du zwei der granaten weg ja wie bitte wenn man glück hat wird man zwei der granaten los bevor man wieder liegt nicht das war ein gut seit ihrem leben ja ja ich bin klar oh man auch was soll den kacke denn der und seine bauch klatscher ich versuche liegen zu bleiben ist wieder jemand da ist weil ich glaube wir sind alle da und ja er ist schon wieder auf 100 ach mann auch okay der macht viel zu viel damage was könnte man anders machen der bereich hauen ist so groß um in anführungszeichen einfach ausweichen kann man diese lagerfeuer dinger irgendwie umgehen gibt es hier einen boost der durchdringt angriffe bonus schaden also die dinge anzuhaben das lohnt sich ich versuche es mal andersrum vielleicht den zwischen den lagerfeuern hin und her zu kriegen auch ja 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 lagerfeuer hinten wieder an dass wir da immer damit er dann bisschen hin und her wechselt vielleicht leichte es gibt Prozent kurze Phase wurde Schneesturm weg ist der ist er da und war weil jetzt ist er so eine komische Eiskugel hier wir muss man hier was ist doch nicht mit vielen Sachen die eigentlich er sie hat jetzt ist er verwundbar glaube ich das ist die aktive Herausforderung auch bei dem wir haben ja aber was die andere schaffen das ja mit allen Herausforderungen und schaffen das ja bin schneller als ein Centaur also klar ein Mensch mehr aber sein echten Schatten anzurichten ja 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 Ich bin gleich down, ich bin gleich down. Ich bin down. Der und seine Eisflächen da noch dabei, das ist so zum kurzen. Der ist wirklich so nervig. So, die geben halt Bonus-Schaden, was man haben soll. Dann brennen Bonus-Schaden, der gegen den ja ein bisschen helfen sollte. Der sorgt nicht nur für Unterkühlung, der sorgt für alles. Ein Lagerfeuer ist da und aus. Ich bin auch gleich down. Aber Inanna ist da. Ich bin ein Lagerfeuer. Ich bin ein Lagerfeuer. Ich bin ein Lagerfeuer. Ach, die Wegstation ist hier despawned. Au. Au. Okay. Im Down-State kann man... Ne, kann man nicht. Ich bin ein Lagerfeuer. Ich mache nur Schaden. Ich werde es auch gleich sein. Also ganz down. Oh. 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 Wow. Oh. Okay. Okay. Ey, der ist so nervig What the fuck Ey, dann macht er einen seiner Eisrotze und schon liegt man wieder Dann noch ein Bauchklatscher Das ist ein Schwimmbadbully Okay, und seine blöde Eiswelle, die reicht über das komplette Gebiet Oh ja Nein, kein Bauchklatsch auf mich Und jetzt ist sie überall Eisfeld Ich hasse dich Ich hasse dich, jung Ganz tief im Inneren Oh man Ich bin auch gleich ganz tot Sascha, pass auf Ja, ich versuche ihn in den Kampf zu ziehen Schnell hin, schnell hin Nicht, dass er wieder aufhundert Nein, du sollst nicht helfen Ich wollte doch gar nicht den Sascha wieder beleben Das Feuerhahn Jetzt halt noch ein paar Sekunden durch Bin down, bin down Er hat schon wieder 100, oder? Ja Ey, das, nee Ich glaube, das schaffen wir nicht mit dieser Herausforderung Das lohnt nicht Da müssen wir hinten wieder raus Wir können nicht portal, ne? Ne Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal neu Ich kriege selbst hier jetzt Schaden Die ganze Zeit Ja Komm, was ist denn das? Das kann doch nicht richtig sein Alter Ich kriege richtig viel Schaden Die ganze Zeit Ich gehe so schnell runter Ja Wir sehen uns dann beim nächsten Versuch Bis denn, ciao, ciao Tschüss 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 Vielen Dank.